verstehe es nicht hallo und herzlich willkommen zurück zu begrenzten heraus von Gefahr im Wald ich weiß es nicht warum hier du musst weg du kommst rein so checkabumm checkabumm weil wir haben ja schon einen Heiler dabei aber wir haben jetzt noch einen zweiten Heiler mit die Rosenritterinnen haben glaube ich ganz gute Katten dann müsste so ganz lockerflockig funktionieren so jetzt erstmal einen kleinen Stun auf die Schnauze und bevor wir die nächste Runde abhauen noch mal Healing dann können wir noch mal Healen nein der Heal gar nichts so auf jeden Fall wird es erstmal die Spassbügelhänden loswerden so oh und ich fliege weg Boom Healing oh Mist das liegt jetzt gar nicht mehr so viel ne ahahaha Digi oh Mist 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 du fliegst du fliegst weg ja Gott sei dank komm Kiegeling danke oh Mist Alter ne komm noch mal schnell Kiegeling bitte 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 ah geht schon läuft 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 hmmm du fliegst weg hmmm du fliegst weg jetzt erstmal so klein Stun bam 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 so Automatic Mode weil ich jetzt kein Bock mehr hab irgendwelche Knöpfchen zu drücken du fliegst weg hab ich gesagt du musst halt wegfliegen ne halt ein bisschen wildes kann ich Samstag dann machen wir das in baldigster Bälde Samstag am Sonntag müssen wir das später machen ja auf jeden Fall hier Stufe 2 wieder erledigt sehr schön bis morgen Abend ich kann es leider wie gesagt immer erst nach der Arbeit machen hab euch lieb bis demnächst ciao wieder woll bis demnächst ciao wieder woll